Hallo YouTube, grüß dich, ich bin's Harkon und der Parabelritter hat vor unglaublichen sechs Minuten ein neues Video rausgebracht zum Thema Rammstein, warum alle schweigen. Gucken wir mal, würde ich sagen. Oder wie man in Hessen sagt, schau mir mal, schau mir mal. Da erwarte ich jetzt aber wirklich die beste und saftigste Aufarbeitung aller Zeiten. Gucken wir mal rein. Hallo meine lieben Freunde, ich bin's nochmal. Es ist jetzt an der Zeit, tiefer in das Rammstein- und Lindemann-Thema zu gehen, denn wie einige schon bemerkt haben, ich habe dazu vielleicht ein bisschen mehr zu sagen. Oh, jetzt holt die Mühlen raus, Chad, es wird pikant. Und ich habe tatsächlich heute ein Video gesehen vom Parabelritter von vor drei Jahren. Da hat er schon über Lindemann geredet und da hat er so mehr oder weniger selbstverständlich gesagt, ja Lindemann, der ist eh total crazy. Der hat jemanden, der kümmert sich drum, dass die Groupies bei ihm quasi rangekarrt werden für irgendwelche Fanfics und so. Und ich dachte mir, wie, vor drei Jahren war das schon so bekannt und das wird so als Fact einfach erwähnt in dem Video. Keiner hinterfragt das. Oh, mega, lol. Lol, was, ich zeige es euch kurz. Und das ist die Stelle, die ich meine. Er hat beispielsweise einen Angestellten, der sich um die Auswahl der Groupies kümmert bei den verschiedenen Showtagen, ja. Vor drei Jahren. Ja, er ist wirklich ganz oberste Weltklasse in diesem Rockstar-Lifestyle-Shit. Ähm, ich habe darüber übrigens letztens in meinem Podcast gesprochen, ja. Okay, ja, gut. Zurück ins eigentliche Video. Jetzt bin ich mal gespannt, welches Wissen jetzt hier quasi kredenzt wird. Jetzt auch noch in dem Podcast, gute Idee. Als im letzten Video. Denn ich kenne eine Frau, die andere für Rammstein-Shows castet, persönlich. Oh, holy shit, Alter. Da gibt es jetzt ja, da gibt es jetzt, da ist eine zweite jetzt aufgetaucht, ne. Es gab ja diese Alena. Und es hat sich wohl jetzt mittlerweile herausgestellt, dass Alena nicht mal alleine gehandelt hat, sondern dass noch eine andere Frau namens Alina auch am Start ist und genau das Gleiche getan hat. Wir verbreiteten ja gestern, dass Alena Makewa die Frau, die mutmaßlich für Till Lindemanns Partys Frauen rekrutiert hat, aus dem Umfeld der Band verbannt worden sei. Sie habe keinen Zugang mehr zu Konzerten. In München ist sie heute trotzdem. Ach du Scheiße. Und wo ist sie jetzt? Ach du Scheiße. Ich meine, man muss ja auch nicht auf einem Konzert sein, um Aftershow-Partys zu organisieren. Wer hätte das gedacht? Und neben ihr steht auf diesem Bild von heute eine andere Frau, über die ich euch gleich mehr erzählen werde. Alina. Pass auf Leute. Mein letztes Video, das kam ja einige Tage vor dem Statement von Kyla Scheichs raus. Von wegen auf dem Weg nach Russland. Ja, die wurde ja von der Band entlassen, weil da gar nichts passiert ist. Das ist ja der Grund. Da ist ja überhaupt gar nichts passiert, wie im ersten Rammstein-Statement auch gesagt. Da gab es keine Vorfälle und deshalb wurde die Frau heute entlassen. Und ist wahrscheinlich auf dem Weg nach Russland, weil die auch gar nichts weiß und gar nichts passiert ist. Wurde die nämlich entlassen. Heute das, zwei Tage danach. Ich musste das mal ganz kurz zeitlich einteilen. Weil sich davor und danach sehr viel noch entwickelt hat. Ich habe gestern oft gehört, wie kannst du ein neutrales Video veröffentlichen nach dem, was Kyla gesagt hat. Scheinbar geht im Internet das Gefühl für Zeit verloren. Also nochmal. Es gibt einen Grund, warum das Video vor Kylas Video so war, wie es war. Stimmt, das kam deutlich früher. Der Vertrag wäre eh ausgelaufen. Also ich habe ja heute den allergeilsten Take gelesen. Der allergeilste Take war ja bei mir auf dem Kanal, als jemand gesagt hat, dass Till Lindemann eigentlich das Opfer ist. Der hat einen riesen Text geschrieben. Also wirklich, den gibt es bald in gebundener Ausgabe. Der hat geschrieben, dass Till Lindemann ja selber nichts davon wusste, was da passiert. Und die Frau ihn quasi dazu gezwungen haben muss, mit all diesen Groupies zu schlafen. Er selber ist auch nur das Opfer, dass in einem asymmetrischen Machtverhältnis und in einem kontroversen Machtgefüge war er quasi auch nur ihr Spielball. Das hat jemand gesagt. Ist unter dem Rezo Video von mir zu lesen, der Kommentar. Ich habe ihn auch vorgestellten mal gescreenshortet und auf Twitter geteilt. Folgt mir auf Twitter. Bing! Man mit viel Reichweite musste das Thema irgendwie aufgreifen, damit es nicht abgewirkt wird. Und da dachte ich mir, Alex, du musst jetzt ja erstmal die erste Aufarbeitung machen. Denn das Wichtigste, was wir gerade tun konnten, war Aufmerksamkeit auf diesen Fall zu lenken. Als das erste Video entstanden ist, war die Basis dessen, worüber man sprechen kann, aber noch nicht so, wie sie jetzt ist. Ja. Zu dem Zeitpunkt musste ich es völlig unverklagbar machen. Das hätte vielleicht wenige Minuten später ein Anwalt bei mir geklingelt und dafür gesorgt, dass es wieder verschwindet. Nachvollziehbar tatsächlich. Also der Punkt mit dem Unverklagbar, das ist auch wirklich schwierig, weil du musst eigentlich so viel Konjunktiv die ganze Zeit sagen. So möglicherweise könnte dies so passiert gewesen sein und so. Wenn man weiß es, also da sitzen, glaube ich, da sitzen gerade so richtige Bluthunde von Anwälten, sitzen da und klicken durch ganz YouTube durch und gucken, wen sie verklagen können. Und der einzige weiße Ritter, der quasi mit den Rohirrim vom Berg runterreitet, ist niemand anders als Christian Solmecke. Der wird uns retten. Ja, komm. Das ist die Nationalhymne von Solmekistan. Und damit wäre ja niemandem geholfen gewesen, oder? Zu Shelbys Geschichte gab es auch leider eine schlüssige Gegenerzählung, die sie generell als unglaubwürdig darstellte und die sich sofort verbreitet hat. Okay, welche ist denn die schlüssige Gegenargumentation? Ich habe bisher nur Unfug gelesen. Ich wusste allerdings aus eigenen Quellen, dass an dieser Geschichte mehr dran ist. Kylas Video jetzt ist zu groß und zu detailliert, als dass man das einfach jetzt negieren oder wegwischen kann. Das wusste auch Rezo und hat mit seinem Video darauf gewartet, dass Kyla eins droppt. Ja, natürlich, das klingt ein bisschen wie ein Verschwörungsmythos, ist aber strategisch gesehen. Ja. Und wer mein letztes Video mit Aufmerksamkeit verfolgt hat, dem wird aufgefallen sein, dass ich da ein paar deutliche Statements gemacht habe. Wie beispielsweise, auch ich habe Angst oder ich habe begriffen, was MeToo bedeutet. Damit wollte ich euch mitteilen, dass ich wirklich Angst vor den Konsequenzen hatte, als Erster dieses Thema groß als Video aufzumachen. Und dass man einen potenziellen Metufall, wie er dieser werden könnte, dass man ihn strategisch angehen muss. Ja, das hier, das ist kein 0815 YouTube Beef, wo man sich gegenseitig einfach mal so beleidigt. An der Stelle übrigens auch nochmal Shoutout an Maya von Mayas Insel. Ihre Videos hatten wir vor acht, neun Tagen schon mal geguckt, das war das allererste. Die ist auch gerade ganz schön unter Feuer. Die hat da auch schon vor elf Monaten sogar schon drüber geredet, was da so passiert. Und kriegt ganz schön Hate ab und so weiter. Die steht gerade richtig unter Feuer. YouTube-Kanal Mayas Insel, an der Stelle auch gerne nochmal einen gut gemeinten oder liebevollen Kommentar da lassen. Der geht es gerade echt nicht gut. Link, dürfen die Mods gerne raussuchen, bitte. Hier geht es um etwas sehr Wichtiges und es ist sehr schwerwiegend und hat eine große Tragweite. Ich habe unter Kailas Video geschrieben, wie viel Mut es bedeutet, einen solchen Beitrag zu veröffentlichen und dass sie durchhalten soll. Und das war keine Floske. Denn was Kaila da getan hat, ist im Endeffekt sich in Gefahr zu bringen. Genau wie Shelby. Kailas Video ist von so entscheidender Bedeutung. Und warum das so ist und was ich weiß, das möchte ich euch jetzt mit... Link ist im Chat. Können wir auch gerne bei YouTube nochmal anhängen. Die kann ein bisschen Support gut gebrauchen zur Zeit. ...beitrag endlich erzählen. Und auch, wie man mit einem MeToo-Fall generell umgehen muss. Kaila hat vor zwei Tagen ja lang erwartetes Video zu Backstage-Geschichten auf Rammstein-Konzerten veröffentlicht. Ich fasse für... Ich habe es schon mal gesagt und sage es wieder. Demokratie funktioniert einfach nicht. Mein Chef hat mir heute erzählt, dass er sich am Samstag die Show anschaut. Ich habe fast ins Missteams gekotzt. Der hat zwei Töchter. Es geht noch viel wilder. Also es gibt ja jetzt ganz viele von diesen Leuten, die sagen, mir doch egal. Es gibt ja Leute wie wir, die sagen, Boykott. Es gibt Leute, die sagen, interessiert mich nicht. Und es gibt Leute, die sagen, jetzt erst recht. Habe ich bei Twitter so einen gehabt. Der hat gesagt, er hat sich aus Prinzip, aus Prinzip jetzt erstmal Merchandise von Rammstein gekauft. Einfach nur, weil aus Prinzip. So eine richtige Männersaktion. So eine richtige, ich habe mir jetzt aus Prinzip drei Schnitzel reingehauen. Und was wollen die von Fridays for Future mir das Auto verbieten? Da fahre ich jetzt erstmal drei Runden um den Block. Und jetzt gibt es Rammstein-Fans. Jetzt gibt es wirklich Rammstein-Fans, die Solidaritätsbekundungen auf dem Konzert machen wollen. Die wollen, also angeblich ist das so, ich war noch nie bei einem Rammstein-Konzert, beim letzten Lied geht die Band wohl immer so auf die Knie. Bei Ohne Dich ist das wohl. Und da wollen Fans wirklich auf die Knie gehen, so wie bei Black Life Matters, und wollen dann singen ohne euch. Quasi so aus Solidarität mit der Band. Das musst du dir vorstellen, dass du aktiv zu einem Konzert gehst und so deine Solidarität bekundigen willst. Das musst du dir vorstellen. Das musst du dir vorstellen. Für euch einmal ganz kurz die entscheidenden Fakten zusammen. Sie wurde von einer Frau namens Alena Makewa eingeladen, an der Backstage-Party zusammen mit einer Freundin teilzunehmen. Sie war direkt sehr mütterlich zu ihr, damit sie sich in Sicherheit wiegen könne. Es war wohl ziemlich deutlich, dass sich Alena vor allen Dingen an wirkliche Rammstein-Fans richtete, die unbedingt Till Lindemann persönlich begegnen wollten. Sie wurden dann zusammen zu einer Backstage-Party geführt. Diese Backstage-Party vermittelte erstmal den Anschein einer normalen Feier, da dort auch eine Reihe von bekannten Schauspielern zugegen war. Allerdings war das nicht das Endziel der Reise. Sie wurden in einen abgelegenen Raum geführt, der eher Casting-Couch-Vibes verbreitete und in dem es eine Menge Alkohol gab. Auf dem Weg dorthin mussten sie ihre Handys abgeben. Da waren auch Securities. Aber keiner fragte wohl nach Ausweisen. Das kam dann auch zu der scheinbar sehr beklemmten Situation hinzu, die sie da beschrieben hat und auch, dass andere Mädchen wie benommen gewirkt hätten. Auf der einen Seite gegen die Parteigeschichte der Grünen hetzen, auf der anderen Solidarität mit Sexualverbrechern zeigen. Genau mein Humor. Da ist ja keine Konsistenz in den Meinungen dieser Leute. Die nehmen sich ja einfach das, was sie wollen. Die sagen, ich will es möglichst bequem haben. Ich will das machen. Ich will Auto fahren. Ich will Bratwurst essen. Ich will Rammstein-Konzert gucken. Aber der Syrer, der ist aus Prinzip kriminell. Der Syrer, der ist bewaffnet. Der Syrer, der Migrant, der wird hier alle Frauen vergewaltigen. Aber Till Lindemann, der ist unschuldig. Das weiß ich ganz genau. Solche Leute sind das. Immer bequem sein. Immer eklig sein. Sie spricht dann auch davon, dass sie sich dann mit einem anderen Mädchen verordnet. Was? Hier soll gegendert werden und ich brauche eine neue Heizung? Nee, ich will die AfD. So geht es nicht. ...unterhalten hätte und sie dann gemeinsam entschieden hätten, diesen Backstage-Raum wieder zu verlassen. Was Alena Makeva ihr aber nicht sonderlich leicht gemacht habe. Als sie mit ihrem damaligen Management darüber sprach, wurde ihr mitgeteilt, dass das ja alles normal in der Branche sei. Sie postete dann eine Story über die Vorkommnisse auf Instagram und das Management insistierte panisch. Und wie zu erwarten war, kommen jetzt aus allen möglichen Ecken Menschen gekrochen, die Kyla für ihr Statement angreifen. Das Thema wird jetzt sogar... Und dann gibt es eine verpartnerte Streamerin... Nee. Und dann gibt es eine verpartnerte Streamerin, die rennen durch die Chats und schrieb, war auf der gleichen Party wie Kyla, war voll nett da. Das ist ja auch wild, Alter. Das ist auch so... Ja, also mir... Mir ist da nichts passiert. Also muss die Geschichte, die sie erzählt, ja offenbar gelogen sein. Ich habe heute ein bisschen Detektiv gespielt, was das für ein Management damals war. Das Management von Kyla hat ja gesagt, ja, wir wissen schon, dass das ein bisschen komisch ist, was da passiert, aber mach mal mit, sonst kriegen wir keine Freikarten mehr. Und ich bin sogar in zwei Richtungen. Ich darf den Namen nicht sagen. Ich habe zwei Wege. Einer ist saftiger als der andere. Ich bleib dran. Für politische Propaganda missbraucht, wie dieser intellektuelle Post der AfD eindrücklich beweist. Hier nochmal direkt an... Ja, stimmt. Oh Gott, jetzt merkst du auch, wie dumm die Leute sind. AfD postet aus Gründen, Hashtag Rammstein. Gott weiß, ich will kein Grüner sein. Das ist auch wieder die Dummheit der Menschen in ein einziges Bild gepackt. Die komplette Dämlichkeit. Stolzmonat, Rammsteinstolzmonat. Wir müssen den Stecker vom Internet ziehen. Es geht nicht mehr anders. Wir müssen ein halbes Jahr alles ausschalten. Ein halbes Jahr. Auch kein Netflix, gar nichts. Einfach ein halbes Jahr alle in den Urlaub fahren oder so. Bloß weg von hier. Alle Verträge kündigen. ...beweist. Hier nochmal direkt an Kyla, auch wenn du das Video hier vielleicht niemals sehen wirst. Es war so, so wichtig, dass sein Video online kam. Denn erst jetzt wissen Frauen, die vielleicht bisher immer geschwiegen haben, dass man ihnen Glauben schenkt. Und jetzt kann auch ich so ein paar Sachen erzählen, um deutlicher zu machen, was da vor sich geht. Vielleicht glaubt man mir als Mann ja mehr. LOL. Props an der Stelle auch an Rezo, der gestern nochmal das Ausnutzen von Machtgefällen angesprochen hat. Und wie das Billigen einer solchen Struktur selbst schon ein riesiges Problem ist. 10 von 10. Rieses Video gestern, Digga. Das stimmt. Und diese Machtstruktur. Das ist das Entscheidende. Leute, wie kann man Schuld und Unschuld in solchen Fällen besprechen und am Ende ahnden? Das wird gerade hart diskutiert und das ist auch gut so. Denn es gibt keine einfache Antwort. Zuallererst möchte ich nochmal betonen, was ich im letzten Video auch schon gesagt habe. Keine Vorverurteilung bis zum Gericht. Das findet doch gar nicht statt. Ich habe es schon mal gesagt und sage es wieder. Demokratie funktioniert einfach nicht. Die AfD komplett verbieten und in die Antarktis und dort ins Gefängnis. Ich verstehe diesen zentristischen Ansatz nicht. Also es ist doch niemand draußen und sagt, Rammstein sind alles Vergewaltiger. Weil das ist ja tatsächlich was, das aktuell noch nicht bewiesen ist. Aber diese gesamte Struktur im Hintergrund, das ist doch so gut dokumentiert. Und das kann man doch verurteilen. Auch wenn es schwerfällt aufgrund der persönlichen Erzählung der mutmaßlichen Opfer. Gerade wenn... Es ist 13 Uhr 12. Zeit fliegt wie meine Lieblingsfloskel. So jung kommen wir nie wieder zusammen. So jung kommen wir nie wieder zusammen, Eredo. Fünf Monate, das schaffst du nie wieder. Dankeschön. Wenn man es durch die Erzählung so krass nachvollziehen kann, was und wie da passieren soll. Das ist und bleibt bestehen. Ja, Artikel 14, Absatz 2 des Internationalen Pakts über bürgerliche und politische Rechte der Vereinten Nationen. Bei Fällen, in denen... Ja, okay, dann ist es halt jetzt meine Meinung. So, dann sage ich halt, dann verurteile ich nicht. Dann sage ich meiner Meinung nach, muss ich Rammstein auflösen und die Verantwortlichen vor Gericht gestellt werden. Dann ist es jetzt halt meine Meinung. Da kann man heutzutage eh alles sagen. Ich habe nur meine Meinung, die ich hier gerade gesagt habe. Wenn es in einem Zweifel Aussage gegen Aussage steht, wie es in solchen Fällen oft der Fall ist, wird es aber auch... Also von Rammstein gibt es so gut wie keine Aussage aktuell und die Beweislast ist momentan eine andere. Auch im Gerichtssaal sehr schwierig. Ey, ich wollte das Video gerade loben. Ich wollte gerade sagen, tolle Aufarbeitung bis hierher. Wenn wir jetzt über Verantwortung in Machtsystemen reden, die wird einfach verteilt. Bei Kailas Erzählung lag die Verantwortung scheinbar bei Alena Makeva. In Shelbys Fall anscheinend bei einem Rammstein-Mitarbeiter. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass da ein System existiert, dann müsste am oberen Ende Till sitzen. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass da ein System existiert? Ja gut, ich glaube, er versucht es unklagbar weiterhin zu halten. Wir bleiben drin. Es kann sein, dass er vor Gericht konkret keinen einzigen nachweisbaren Grenzübertritt begangen hat. Weil in diesem System jeder Schritt von einem anderen Menschen gemacht wurde, dem er die Verantwortung gegeben hat. Der Reflex in solchen Situationen ist dann Bauernopfer bringen. Und zack, wurde die Makeva geschasst. Aber lasst euch von diesem Schritt nicht ablenken. Sie ist nicht das System. Der Kopf entscheidet über das System. Rezo sagt in seinem Statement gestern, dass es bei der Entwicklung eines solchen Systems um seriellen Missbrauch geht. Zumindest ist ein solches System nur dadurch zu erklären, dass man gezielt Macht ausüben will. Dass man sich daran berauscht, Kontrolle zu haben. Und das ist der Punkt. Richtig, ja, ja, genau, okay. Dass dieses Machtsystem existiert, ist bereits ein Indiz dafür, dass hier Dinge passieren könnten, die nicht einfach consensual sein könnten. Selbst wenn es die Person ganz oben niemals so angeordnet hat. Solche Systeme können komplett außer Kontrolle geraten. Gewollt und ungewollt. Und das macht es so ultra schwer. In welche Richtung will er denn jetzt gerade gehen? Also jetzt muss, da muss jetzt aber auch mal, da muss jetzt so ein Reveal kommen, den er angekündigt hat. Also wer soll denn nicht oben sitzen? Wer soll denn nicht oben sitzen, wenn nicht Lindemann in diese Machtgefälle? Denn so ein Machtsystem vor, um das herauszufinden, bedarf es jetzt noch ein paar Schritte. Und die wollen wir zusammen gehen. Indem man nämlich auf den Machtmissbrauch von vergangenen Fällen blickt. Und nach Juliane Löffler beispielsweise gibt es acht Kategorien, die wir jetzt mal als Checkliste an diesem Fall durchgehen können. Und danach wissen wir ganz genau, was Phase ist. Danach behaupten wir hier nicht mehr irgendwie von Machtsystemen zu sprechen, sondern danach haben wir einen ziemlich klaren Blick da drauf. Erstens, viele... Viele Menschen schildern ähnliche Vorwürfe. Das ist auf jeden Fall gegeben. Zweitens, die Schilderungen ergeben ein Muster. Auch hier, Check. In den Schilderungen ähneln sich Details. Check. Mutmaßlich... Kyla, meinst du? Habe ich Shelby gesagt? Entschuldigung, dann meine ich, meine Kyla. Kyla und Rezo, aber wir haben auch, wir haben ja zusätzlich noch das, was Shelby auch auf Instagram und so immer noch raushaut. Die Betroffene haben bereits nachweislich andere Menschen von Vorwürfen erzählt in Mails, Nachrichten am Telefon. Das wissen wir beispielsweise seit Kyla. Fünftens, sie haben sich Hilfe geholt. Beispielsweise Shelby bei der litauischen Polizei, auch wenn die sie nicht ernst nehmen wollte. Fünftens, die Umstände der Vorwürfe können belegt werden. Check. Sechstens, was ist die Motivation, die Vorwürfe öffentlich zu machen? Also, Kailas Motivation wird nicht sein, plötzlich ein bekannter Influencer zu werden. Ich würde sagen, auch das... Funktioniert ja auch nicht. Siebtens, stimmen Informationen rund um die Vorwürfe. Ich würde sagen, das kann man auch abchecken. So, und der achte Punkt ist, ergeben sich Unstimmigkeiten und logische Fragen. Und das ist eigentlich der einzige Punkt, ich glaube, ich verstehe, in welche Richtung er gehen will mit dem Kopf der Pyramide. Ich glaube, ich verstehe, was er sagen will. Ich glaube nämlich, dass er tatsächlich darauf hin möchte, dass Lindemann nicht das Ende ist in dieser Hierarchie, sondern dass der Eisberg hintendran, was ich ja auch immer schon vermutet habe, einfach noch viel enormer ist. Weil dieses Sex-Trafficking ist ja nichts, was nur bei Rammstein mutmaßlich passiert. Sondern das ist ja wahrscheinlich eine ganze Industrie, ein kompletter Komplex, der da nochmal da oben drüber steht. Ich glaube, da möchte er hin. Der scheinbar noch offen bleibt. Auf den Punkt kommen wir gleich noch zurück. Der Weg zur Gerechtigkeit ist in diesem Fall sehr lang, vermutlich auch sehr schwer. Aber viele Menschen können dazu beitragen, ihn zu gehen. Das Wichtigste im aktuellen Fall ist Reichweite. Das Thema muss auf der Agenda bleiben. Und deshalb war Kailas Video so wichtig. Ihre unglaubliche Reichweite, die stringente Erzählung des Vorfalls, das sind Indizien, die in diesem Fall verwendet werden können. Sie sind die Grundlage, mit der dieser Fall aufgearbeitet werden kann. Ich sage konkret, es ist die Grundlage. Das Video allein, das reicht leider nicht vor Gericht. Natürlich habe ich sofort, als ich von Shelbys Fall gehört habe, angefangen, Gespräche mit Frauen zu führen, die in dieser Thematik Erfahrung gemacht haben, weil ich sehr viele von ihnen persönlich kenne. Was ich zu diesem Zeitpunkt und leider auch heute... Er kannte einige Frauen schon vorher, denen das passiert ist. Und er wusste vor drei Jahren schon, dass Lindemann jemanden hat, der Groupies für ihn organisiert. Ich will jetzt nichts unterstellen, aber... Nee, mache ich nicht. Nee, mache ich nicht. Dieses, warum ist er damit nicht an die Öffentlichkeit gegangen, das ist ja auch im Endeffekt dann... Oder mache ich es doch? Ich weiß es nicht. Abwarten und gucken, ne? Abwarten und gucken. ...nicht machen kann, ist Ihnen hier mit meiner Reichweite ein Auftritt zu geben. Mach nicht, ne? Das ist genau der Punkt, den so Ingos dann bringen, die dann sagen, naja, wenn dann müssen wir doch direkt zur Polizei gehen hier. Ich meine, der hat ja auch, das Machtverhältnis ist ja auch in seine Richtung asymmetrisch. Wenn er als erstes vorgeht, kommt er ja genauso auf den Deckel. Aber auf der anderen Seite natürlich auch irgendwie crazy, dass da nie was gesagt wurde. Denn sie möchten gar nicht oder noch nicht in diesem frühen Stadium mit dem Thema in Verbindung gebracht werden. Und viele halten auch zu Rammstein und insbesondere Till, weil sie die semi-geheimen Backstage-Partys gar nicht kennen, sondern nur die offiziellen. Nach dem Motto, das habe ich so nicht erlebt, du warst ja auch nicht da. Und dass Kyla genau diesen Unterschied erklärt hat, war sehr, sehr wichtig. Denn dadurch wird nämlich klar, dass nicht alle wissen, worüber überhaupt konkret gesprochen wird. Und ich finde, deswegen können wir den achten Punkt auch von der Checklist abhaken. Also ich wüsste ja auch gar nicht, wie ich es gemacht hätte. Das sagt sich jetzt so leicht hier so aus dem Öko-Sessel raus von wegen, da musst du doch mal zur Polizei gehen, wenn du das alles weißt. Also vielleicht hat er das selber gar nicht so realisiert in dem Zeitpunkt. Oder die Frauen wollten das nicht, dass er damit öffentlich geht. Oder er hat halt auch einfach wahrscheinlich selber Angst gehabt, dass er zu Tode verklagt wird, wenn er damit rauskommt. Weil da musst du dich ja quasi so absichern. Du wirst sonst in Grund und Boden verklagt. Also so richtig einfach, auch wenn es das Richtige ist, ist es am Ende dann doch nicht. Weil wir jetzt sehen, wo da das Problem lag. So und jetzt erzähle ich euch mal meine Geschichte, warum ich weiß, dass da etwas Seltsames vor sich geht. Jetzt ist bekannt. Ich erkläre euch, warum es nicht reicht, Alena Makewa zu feuern, um das Problem zu lösen. Okay Leute, alles was ich euch jetzt erzähle, das basiert komplett auf meinen eigenen Erfahrungen und Gesprächen. Und Menschen, die zumindest jetzt noch nicht öffentlich vor der Kamera sprechen wollen. Ja, da haben wir es. Da haben wir es. Das ist ja überhaupt nicht unüblich, dass die Opfer sich halt schämen zum Beispiel und halt nicht möchten, dass das erzählt wird. Oder nicht. Oder nur anonym vielleicht sprechen möchten, so wie wir jetzt durch ihn. Je mehr wir darüber sprechen, je mehr Reichweite wir auf das Thema kriegen, desto wahrscheinlicher ist es, dass sich etwas Entscheidendes ergibt. Das wäre eine offizielle Untersuchung. Ja, nicht nur eine aus dem Bandumfeld, wie die, die jetzt angesetzt worden ist. Nach den Indizien, die sie im Internet so massiv verbreiten, besteht kein Zweifel, dass hier eine Untersuchung stattfinden muss. Natürlich auch im Interesse der Band. Ja, auch dafür ist diese Reichweite hier da, den Druck zu erzeugen, dieses Thema schnell aufzuklären. Die Videos hier, die mache ich nicht, weil ich denke, ich bin super wichtig, hört mir zu. Nee, ich wurde heute sogar ins Fernsehen eingeladen, um darüber zu sprechen, weil alle wirklich relevanten Leute dazu einfach die Schnauze halten wollen. Ich habe auch im Umfeld der Band. Was ja mein erster Gedanke war, weshalb quasi das Thema, also ich hatte ja vor anderthalb Wochen, als das losging, hatte ich ja auch die Befürchtung geäußert, dass sich ganz viele nicht äußern werden, weil der, weil das Konfliktpotenzial einfach so riesig ist. Das kann ja deine Karriere quasi beenden, wenn du, also wenn du ganz blöd denkst. Du musst dir zu, du musst 100% sicher nid- und nagelfest sein, wenn du mit sowas an die Öffentlichkeit gehst. Ansonsten riskierst du quasi, dass du einfach öffentlich vernichtet wirst. Und deshalb war ja meine Theorie, dass ganz viele dazu schweigen werden. Gott sei Dank hat das nicht gestimmt. Gott sei Dank hatte ich Unrecht. Sonst sind viele Leute mutig geworden, sind aufgestanden, haben das gemacht. Aber es hätte mich nicht gewundert, wenn es so passiert wäre. Deine Karriere wird safe nicht beenden. Ich habe ja gar keine Karriere. Haha. HDF. Ach Mist, den hätte ich gerne behalten als Zuschauer. Na gut, was machst du denn? Die Band direkt aktuell versucht, zumindest Stimmung aufzugreifen. Und was soll ich sagen? Ich kann sie doch verstehen. Da aber ich nicht mehr finanziell von der Musikbranche abhängig bin und im Zweifelsfall Anwaltskosten fürchten muss, kann ich sprechen. So, passt auf. Jetzt muss ich euch ein bisschen mehr von mir preisgeben, als ich eigentlich noch will auf Social Media. Aber vielleicht hilft das. Ich bin, seitdem ich YouTube-Videos drehe, jedes Jahr auf den Festivals in Deutschland und anderen europäischen Ländern unterwegs gewesen. Das war Teil meines Contents. Das war Teil von dem, was ich hier mache. Und mit einer wachsenden Reichweite den Kontakten in der Branche und den Kontakt zu Künstlern kannst du auch irgendwann in die Künstler-Backstages. Da gibt es ja so unterschiedliche Kategorien und da tummeln sich dann oft Pressevertreter, Freunde, Familie und da kommt man ins Gespräch. Und da lernt man dann auch die eine oder andere Frau kennen, die da durch Einladung gelandet ist. Ich meine jetzt wirklich konkret keine Künstlerin, denn die haben was Besseres zu tun, als im Backstage rumzuhängen. Ich bin voll gerne im Backstage. Backstage ist das beste Leben. Da gibt es meistens einen Kühlschrank mit kalten Getränken und ich kann einfach sinnlos in der Ecke rumsitzen. Backstage ist das beste. Ich trifft mich in der Creator-Lounge Polaris Hamburg. Die Künstler. Das sind meistens immer die, die so ein Anhängsel sind. Die ich. Manche sah man da öfter und mit manchen kam man dann ins Gespräch und mit einigen davon habe ich nach wie vor Kontakt. Eine dieser Personen, die sich viel im Backstage bewegte, die lernte ich irgendwann zwischen 2016 oder 2017 kennen und wir hatten eine ganze Weile Kontakt. Und zwar ganz nett eigentlich. Sie nannte mich Sanja, was eine russische Koseform für Alexander ist. Wir hatten ein Vertrauensverhältnis, will ich damit sagen. Wir haben uns gegenseitig beispielsweise beieinander immer ausgeheult über Dates, die gut oder schlecht liefen. Und deswegen werde ich sie an dieser Stelle auch nicht namentlich erwähnen. Aber ich muss darüber sprechen. Das ist zu wichtig. Die meisten Frauen, von denen ich weiß, dass sie zu diesen Partys eingeladen wurden, sind von dieser Person eingeladen worden. Mir selbst erzählte sie davon, dass sie eng mit Alena befreundet sei. Jetzt sag, drop den Namen Alina, komm. Es gibt auf Alenas Profil auch ein Bild, wo sie beide zu sehen sind. Und soweit ich weiß, hat sie das nicht für Geld, sondern scheinbar für den Status in diesem ganzen Konstrukt. Vieles... Ach du Scheiße. In ihrem Leben hat es sich so um dieses Rockstar-Life und Backstages gedreht, weil ihre Lebensrealität einfach nicht so schön war. Ich hatte damals eine Liaison mit einer Frau, von der ich ihr dann erzählte. Wie gesagt, wir haben uns ja nicht nur über Fails unterhalten, sondern auch über Sachen, die ganz gut liefen. Und sie äußerte sich... Die wurde nicht bezahlt. Na gut, das macht sie jetzt. Kann man jetzt drüber streiten, ob es das besser oder schlechter macht. Ob sie dadurch auch zum Opfer wird oder trotzdem noch Täterin ist. Na, aber... Ich brauche jetzt die Hot Potato. Ich warte jetzt drauf, dass Alex sagt, hier, Hack und Fang. Und dann ist es einfach so eine heiße Folienkartoffel an Informationen. Und ich kann... Ich versuche zu pusten, damit ich die in der Hand halten kann, aber es verbrennt mir die Pfoten. Sowas brauche ich jetzt. Damals, wie schön sie da meine Liaison fand. Und es wirkte damals wirklich alles super harmlos. Gerade diese Aussage. Aber scheinbar hatte sie sie damit schon ausgekundschaftet. Und später erfuhr ich dann, dass sie nicht nur dann bei den Backstage-Partys eingeladen war, sondern danach auch noch regelmäßig mit Till unterwegs. Und sogar in einem Lindemann-Video zu sehen war. Und ich habe dann ihre Rückentattoos erkannt. Oh, oh. Und ihr könnt euch vorstellen, wie schockiert ich dann war, sie zu sehen in dieser Inszenierung. Oh, scheiße. Oh, ich weiß genau zwei Videos. Da fallen mir spontan zwei Videos ein. Eins davon ist nicht auf YouTube. Zu wissen, was da quasi für eine Geschichte dahinter steckt. Sie wurde tatsächlich von dieser Person kurz darauf kontaktiert. Und in diesen Circle quasi mit eingeführt. Holy shit, da ist sie die Kartoffel. Und meine Hände brennen. Ich möchte damit nicht sagen, dass es nicht consensual war. Ich möchte damit nur mal kurz andeuten, wie das funktioniert. Holy shit. Die Frau hat in Deutschland viele der Frauen, mit denen ich gesprochen habe, rekrutiert. Und sie ist auch jetzt, am heutigen Tag, bei Alena Makewa in München. Und anders als Alena hat sie kein Konzertverbot. Anders als sie ist sie nicht öffentlich bekannt. Und kann weiter agieren. Alena Makewa agiert nicht allein. Vielleicht hat sie sogar in jedem Land Frauen, die ihr zuarbeiten. Auch sie ist quasi nur ein Teil dieses großen Systems. Ich habe das damals noch als wenig bedrohlich wahrgenommen. Ja, so wie eine Art Hostessen für Events casten. Aber gerade mit diesem Fall wusste ich dann, dass es vielleicht doch nicht nur das ist. Scheiße. Also könnte Alex all in gehen, wenn er wollte. Was heißt denn all in gehen? Du meinst noch mehr Infos droppen oder was? Das kann ich jetzt nicht einschätzen. Ob er all in gehen könnte. Wir sind noch, ich bin gerade echt geschockt. Und als ich dann erfuhr, wie tief das reinging, habe ich mich dann von dieser Person zurückgezogen. Und ich wusste zu dem Zeitpunkt nicht, wie konkret diese Partys da ablaufen. Und was genau da passiert. Also nichts von dem, was Kyla da erzählt hat beispielsweise. Ich wusste nur, dass da was passiert. Und Leute, die mehr wussten, die haben immer darüber geraunt, um uns andere zu schockieren. Aber nicht nur ich. Super, super viele Leute in der Szene wussten, dass es bei diesen Backstage-Partys auch um Sex geht. Ich habe es doch gewusst, dass wir an der Spitze des Eisbergs rumkratzen. Das ist doch nur logisch. Wenn das seit Jahren passiert ist. Denn das seit Jahren passiert ist. Es müssen so viele Leute involviert gewesen sein. Zwangsläufig. Und alle haben geschwiegen. Alle. Alle. Die Band, die Gäste, die Security-Mitarbeiter, die Leute, die da die Lampen aufgegangen haben wahrscheinlich. Und das geht noch viel tiefer nach hinten rein. Das kannst du aber wissen, was da jetzt für ein Netzwerk hinten dran stecken muss. Wahrscheinlich ganze Agenturen, die mit dieser Alena zusammenarbeiten und Frauen ran geschafft haben. Wahrscheinlich wirklich in jedem Land. Meine sogenannte Groupie-Manager, das gab es in der Rock-Geschichte immer wieder bei den allergrößten Bands. Früher gab es sogar einzelne Personen, die mit Stolz Groupies waren und das nach außen trugen. Auch wenn das heute weird klingt. Das war einfach Teil der Rock-Geschichte vor Jahrzehnten. Wobei, so lange ist das auch noch gar nicht her. Und es ist auch nicht nur auf den Rock bezogen. Hm, unangenehmer Ausschnitt, ne? Und das war das eben? Achso, gebt euch den Auszug, kann ihn leider nicht vorspielen. Ist der verlinkt? Hey YouTube, ja, wir haben das tatsächlich jetzt gefunden. Einfach, sucht einfach bei YouTube nach. Tokio Hotel, Inas Nacht. Ist eklig. Spoiler, ist eklig. Können wir halt auch nicht reinschneiden. Alex kann das nicht, wir können das nicht. Wegen Kohle! Wegen Strikes und so weiter. Einfach YouTube, Inas Nacht, Tokio Hotel. Ihr werdet fündig werden. Bezogen. Hm, unangenehmer Ausschnitt, ne? Hm. Das ist meines Erachtens eben auch der Grund, warum viele ältere Hasen in der Szene diesen Rammstein-Fall nicht wahrhaben wollen. Weil es für ihr Dafürhalten ja immer normal war. Und es mag Menschen geben, die das von sich aus auch so wollen. Selbst wenn sie wissen, was da mit ihnen passiert. Und das für sie völlig okay ist. 3 Minute 258, danke Sir Lexelot. Aber eigentlich ist alles belastend. Das hättet ihr erlebt, wenn ihr bei Twitch dabei wärt. Haha. Das ist okay. Aber das, worüber wir hier reden, ist das Machtsystem. Nicht eine einfache Beziehung zwischen zwei Leuten in Star-Fan-Position. Das wird hier so gerne vergessen. Es geht um etwas viel Bedrohlicheres. Wir dachten aber immer, dass es nur auf dieser Ebene läuft. Aber scheinbar lagen wir damit sehr falsch. Und das ändert natürlich alles, meine Lieben. Es geht hier nicht darum, ob es moralisch vertretbar ist, Groupies zu haben. Oder ob man Backstage-Partys haben sollte. Es geht darum herauszufinden, ob es systematisches Ausnutzen eines Machtsystems gab. In das Frauen unbewusst und ungewollt hineingeraten sind. Viele reden erst öffentlich über dieses Thema, wenn sie sich sicher fühlen. Viele werden auch da nicht reden, weil sie großen Schaden für sich in der Branche vermuten. Oder öffentlich. Kann ich nachvollziehen. Kann ich leider nachvollziehen, dass viele Leute dann sagen, nee, ich habe Angst, dass ich dann halt keine Aufträge mehr kriege und so. Ist halt legit ein Druckmittel. Hat mir vorgeworfen, dass ich nicht konkreter geworden bin in meinem Video. Leute, ihr habt keine Vorstellung, wie mächtig Rammstein ist. Viele außerhalb der Musikbranche vermutlich auch nicht. Aber keiner redet. Keiner. Und so viel mehr könnten viel Konkreteres sagen als ich. Wir haben es ja auch gesehen, als die News ein, zwei Tage alt gewesen ist. Da gab es das Video von Kyla noch nicht und nicht das von Rezo und nicht das zweite jetzt von Alex. Und als die News so ein oder zwei Tage alt war, waren wir ja auf YouTube. Und wir haben nichts gefunden zu dem Thema. Gar nichts. Keine, nicht mal irgendeine Bunte oder so hat da so ein Eine-Minute-Clip zu hoch geladen. Überhaupt niemand. Das Einzige, was wir gefunden haben, war Marias Insel mit einem Video von vor elf Monaten oder so. Und ey, du kannst dir nicht vorstellen, wie hungrig so eine Klage-Anwaltskanzlei ist, wenn Rammstein sagt, Geld spielt keine Rolle. Hauptsache die Dinger verschwinden. Damit mit die Dinger meine ich Videos. Das kannst du dir nicht vorstellen. Das ist eine Multi-Millionen-Dollar-Band mit einem Franchise und Merchandise. Global umspannend. Sehr gut. Anderes dazu breit erklärt auszupacken. Falls ihr euch bei mir melden wollt und konkrete Aussagen treffen möchtet, ob anonym oder wirklich persönlich, schreibt mir gern unter dieser Mail. Ich kann euch dann auch zu richtigen Journalistinnen verweisen. Leute, so ein Amthor-Exposed, das ist ein Witz gegen das. Nach Kyla und Rezos Video gestern ist das Thema aber so weit gestreut, dass sie meiner Meinung nach das Thema nicht mehr vom Tisch bekommen. Und deswegen war es für mich so wichtig, so schnell wie möglich die Fakten erstmal auf den Tisch zu legen, damit andere daran anknüpfen können. Meine Quellen können nicht bestätigen, was Kyla und Shelby konkret in diesen Backstages erlebt haben. Das sei hier nochmal ganz konkret gesagt. Sie können nicht bestätigen, dass es zu nicht einvernehmlichen sexuellen Situationen kam. Ich habe aber auch anonyme Quellen, die sagen, dass genau das, also Sex und Rauschmittel im Vorgespräch, eine Rolle gespielt hätte. Sie können aber bestätigen, dass Frauen systematisch, vor allen Dingen über Instagram, angesprochen werden. Nicht alle von ihnen kommen zu einer Afterparty oder gar zur geheimen Afterparty. Manche sind auch nur bei einer Pre-Party. Eine wurde sogar direkt für das Hotel von Lindemann angefragt, hat aber abgelehnt. Sprich, die Erfahrung... Ich sage ja immer Epstein, Weinstein, Rammstein, alles dieser Stein. Also wenn... Stell dir mal vor, da gibt es... Stell dir mal vor, die beiden Eisberge, oder die drei Eisberge gehen so tief, dass die sich unter Wasser treffen. Stell dir vor, das Netzwerk ist spekulativ jetzt von mir. Stell dir vor, die Eisberge sind so tief, dass die unter Wasser einfach nur drei Spitzen von dem gleichen Geflecht sind. Ich glaube, wir sind da wirklich erst ganz am Anfang, was das angeht. Und da werden wahrscheinlich auch sehr, sehr viele einflussreiche Menschen das Thema auch irgendwann aus der Öffentlichkeit wieder rauskegeln. Die Fragen sind unterschiedlich. Und so sind auch die Berichte von Frauen zu den Partys. Vor dem, was Kyla oder Shelby zu sagen haben, ist, was ich zu sagen habe, völlig lächerlich unwichtig. Weswegen ich mit diesen Inhalten erst jetzt um die Ecke komme, um ihre Geschichte aus meiner Perspektive einfach zu stützen und zu erklären, wie das, was sie erzählen und das, was alle anderen Frauen jetzt erzählen, zu einem großen System zusammengefügt werden können, wenn es darum geht, Machtsysteme zu verstehen und zu erkennen. Das ist die große Klammer, Leute. Das Entlarven eines Machtsystems. Jede Geschichte, die jetzt ans Licht kommt, kann enorm wichtig sein für die Klärung dessen, was da passiert ist. Und es ist enorm wichtig für Frauen, die etwas zum Thema sagen wollen, dass sie diese Situation aufgezeigt bekommen haben. Kyla hat ja in ihrem Video davon gesprochen, wie sehr sie und die anderen in dieser Situation gefangen waren, da gar nicht wegkamen, als man sie durch die Gänge führte. Und wer auch immer da sagt, ja, hätte es ja einfach sofort gehen können, der war noch nie in einer Situation, in der er überhaupt nicht einschätzen könnte, was da als nächstes auf ihn zukommt. Und jetzt wisst ihr, was da auf euch zukommen kann. Okay, also die heiße Kartoffel wurde definitiv delivered. Auf jeden Fall. Wird Böhm hier am Freitag wählt? Ich glaube nicht, dass Böhmermann so schnell ein Video dazu zusammenkriegt. Also auf Neo Magazin Qualität. Aber wir werden es ja erleben. Also die heiße Kartoffel wurde definitiv delivered. Ich fand, das Video ist eigentlich ziemlich stabil. In der Mitte dieser Zentrismus Part, den habe ich kurz nicht gefühlt, weil er gesagt hat, ja, keiner ist schuldig, solange nicht verurteilt und so weiter. Aber ich glaube, das war eine einfache, das war eine einfache, wie soll man sagen, Absicherung von Anwaltsseite aus. Dass er einfach gesagt hat, er muss mal zwischendrin relativieren, damit er weniger angreifbar ist. Das ist eine Situation. Im schlimmsten Fall. Und das ist das, was dieser Diskurs über den Fall schon geleistet hat. Selbst wenn man am Ende keine Anklage gegen Till Lindemann erhoben hat, dann hat diese Geschichte dafür gesorgt, dass man vorbereiteter ist und Awareness schafft in der Industrie. Und dass damit das Umfeld für solche Machtmissbrauchssysteme nicht mehr so günstig ist wie bisher. Selbst wenn sich am Ende nicht bewahrheiten sollte, dass es so eins gab. Leute, wie geht es denn jetzt nun konkret weiter mit Rammstein? Was hat sich bis jetzt ergeben? Naja, die vier Konzerte in München, die finden erst mal statt. Was peinlich ist. Also das muss man einfach sagen. Also was war heute, wäre glaube ich irgendein Autogramm-Ding gewesen oder irgendein Merch-Verkauf mit Rammstein. Rammstein, das fällt aus aufgrund technischer Schwierigkeiten. Aber die Konzerte in München, die vier Stück, die werden jetzt durchgezogen. Und das ist so peinlich. Stell dir das vor, dass du einfach die schlimmsten Vorwürfe im Raum hast und du sagst ja aber Rock'n'Roll, ne? Die Leute, die freuen sich doch auf so ein Rammstein-Konzert. Guck mal bei diesen ganzen Ticketbörsen, wie viele Rammstein-Tickets aktuell wieder verfügbar sind, weil Leute die Tickets zurückgeben. Du scrollst dich dumm und dusselig, weil jeder seine Rammstein-Tickets verkaufen will. Einige Tickets werden zurückgegeben, aber das fällt nicht so prozentual ins Gewicht, wie ich das beobachtet habe. Auch die Konzerte in Berlin, die sollen stattfinden. Rammstein hat nun selber angekündigt, den Fall aufarbeiten zu lassen. Eine Kanzlei ist beauftragt. Die Band hatte auch nie einen Pressesprecher, weil es schlicht und ergreifend fast keine Pressetermine gab von Rammstein bisher. Jetzt wurde Row Zero als... Gab eine kleine Gegendemo in München. Was da passiert ist, ist, den Demonstrierenden gegenüber war übel widerlich. Was ist denn da passiert? Ort, an dem ausgesuchte Frauen die Show begleitet haben, verboten. Das ist aber, wie ich euch gerade versucht habe zu erklären, nur ein Symbol, ja, weil es ja, wie man auch aus Kailas Geschichte schließen kann, völlig egal ist, weil die Mädchen ja in ihrer Geschichte direkt ins Hotel gefahren wurden. Und selbst die Aftershow-Partys werde es weiterhin geben, denn die, heißt es aus dem Umfeld der Band, gehören einfach zu Rammstein. Unglaublich. War schon immer so. Tradition. Machst du nix. Ist halt so, ne? Haben wir schon immer so gemacht. Ich habe es schon mal gesagt und sage es wieder. Demokratie funktioniert einfach nicht. Rammstein arbeitet das selbst auf? Das hat ja bei der Kirche schon so gut funktioniert, wenn Täter selbst aufarbeiten. Also Rammstein hat eine Agentur für Krisenkommunikation engagiert, weil denen das geraten worden ist. Eine Agentur für Krisenkommunikation. Weiß nicht, Diggi. Weiß ich nicht. Jem, grüß dich. Das liest man in der Süddeutschen Zeitung. Ein paar konsequen... Strategische Kommunikation, ja. Frequenzen hat es allerdings doch gegeben. Till Lindemann hatte ja vor wenigen Wochen noch eine große Kooperation mit Gigi Poker. Und die haben sich jetzt von ihm getrennt. Der hat jetzt auch noch Werbung für Glücksspiel gemacht? Das wird ja immer wilder. Was kommt denn als nächstes? Das gibt es doch gar nicht. Es wird einfach immer schlimmer. Oh nein. Oh Gott. Jetzt fehlt nur noch, dass Till Lindemann irgendwie anfängt, Packs aufzumachen oder so. Sich hinsetzt und FIFA-Packs öffnet. Oder ein Skin-Baron-Placement annimmt. Ich meine, es ist schon ein krasses Statement, wenn du selbst einer Glücksspielfirma zu unseriös geworden bist. Naja, auch Rossmann hat bereits reagiert und die drei verschiedenen Rammstein-Parfüms delistet. Das ist jetzt der Stand, an dem ich dieses Video mache. Wie habt ihr die Entwicklung der aktuellen Vorfälle verfolgt? Hat sich eure Meinung zu Lindemann und Rammstein mit dem Video von Kyla verändert? Habt ihr verstanden? Ja, das ist ja ein guter Move von DM-Rossmann, dass sie die Parfüms nicht mehr verkaufen. Finde ich ja, ist ja schon mal ein Anfang, aber die müssen halt entlistet werden bei Spotify und so. Das muss passieren. Die Media-Märkte und Saturns, die müssen denen kistenweise die CDs zurückschicken. Und die großen Streaming-Anbieter müssen denen ihr Zeug aus dem Programm nehmen, bis das geklärt ist. Das kann nicht sein. Dass da einfach nichts passiert. Wie die Abfolge meiner Videos angelegt ist. Ich bleibe auf jeden Fall dran und freue mich sehr auf euer Feedback. Vielen Dank für eure Zeit und euer Interesse, wie immer. Bis dann, Dschüssikowski. Ja, hey. Hallo meine... Hey, doch ein gutes Video. Ich habe mich am Anfang, da habe ich mich ein bisschen verrannt in der Reaktion. Dafür entschuldige ich mich auch. Ähm... Heftig. Also muss auch heftig gewesen sein, da irgendwie Kenntnis von zu haben. Und das aber nicht umwandeln zu können. Weißt du? Also er schien ja definitiv Dinge gewusst zu haben, konnte die aber auch nicht beweisen. Und daraus entsteht eigentlich wahrscheinlich der Drang, was zu machen. Aber du kannst es nicht, weil dir die Beweislage fehlt. Das heißt, du rennst quasi mit gezücktem Messer in eine Kreissäge. Naja. Da möchte ich jetzt auch nicht in seiner Haut stecken. Aber stabiles Video hat mir gut gefallen. Und, äh, YouTube. Kommt auf Twitch vorbei. Ist schön hier. Ähm... Gibt auch keine Party danach. Nicht mal der Stream ist eine Party. Äh, ja, der Stream ist auch eher langweilig. Die meisten... Die meisten gehen einfach und stellen so Pappaufsteller von sich hin, wenn sie gehen. In der Hoffnung, dass es mir nicht auffällt. Aber in Wirklichkeit weine ich mich jede Nacht in den Schlaf. Macht's gut, YouTube. Guten Tag. Tolle Youtube. Deine